Grüß Gott! Vor einiger Zeit habe ich hier darüber gesprochen, dass der Katholikentag fertig habe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ZDK, auch. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die Präsidentin des ZDK höchstpersönlich nach so kurzer Zeit meine Diagnose so fundamental bestätigen würde. Hat sie aber. In einem Interview forderte diese Dame allen Ernstes ein flächendeckendes Abtreibungsangebot in Deutschland. Und ganz auf der Spur der grün-roten Anti-Lebens-Ideologie fügte sie noch hinzu, dass Abtreibungen, so wie man das macht, selbstverständlich zum Medizinstudium gehören müssten. Ja, wenn es nicht so brutal lebenszerstörend wäre, wenn es nicht so wehtun würde, könnte man wohl sagen, es wundert einen nichts mehr. Dass eine angeblich oberste Repräsentantin deutscher Katholiken augenscheinlich distanziert, empathiefrei und unberührt über die Tötungsmöglichkeit noch nicht geborener kleiner Menschen zu reden können scheint, ist unfassbar. Für viele ist es unfassbar. Unfassbar niveaulos und erschreckend. Und vor allem antichristlich und antikatholisch. Aber ein Ausrutscher scheint es jedenfalls nicht gewesen zu sein. Denn beim teuren Katholikentag neulich, den wenige besuchten und der wahnsinnig viel Kirchensteuergeld vernichtet hat, waren Lebensrechtler nicht willkommen. Sie waren gar nicht zugelassen. Sie waren nicht eingeladen. Sie waren ausgegrenzt. Freilich alles unter der Fahne der angeblichen und so gerne betonten Toleranz und Vielfalt. Verantwortlich für dieses katholisch angetünchte und übertünchte Politspektakel, das ZDK. Übrigens, trotz des voluminösen Namens vertritt, diese niemals wirklich reformierte Funktionärseinrichtung keineswegs die deutschen Katholiken. Das ZDK, das wie gesagt nie wirklich reformiert wurde und es schon lange gibt, das ZDK ist schon lange aus der Zeit gefallen, was seine Oberfunktionäre allerdings mit lauten und völlig angepassten Kotaus vor dem antichristlichen Zeitgeist immer wieder überwölben, übertünchen, verdecken und verstecken wollen. Die Präsidentin des ZDK, das hat sie nun selbst bewiesen, und das meine nicht nur ich, sondern das sehen viele andere auch so, hat eher nichts mit katholisch zu tun und sollte schleunigst von ihrem offenbar trotz demokratischer Wahl gekaperten Posten zurücktreten. Sie hat definitiv fertig. Aber sowas von. Bleibt sie hingegen und wird von ihrem Funktionärsgremium gestützt statt gestürzt, bekommt sie also Rückendeckung für ihre Anti-Pro-Life-Position, dann ist es so sicher wie einst das Amen in der Kirche, das ZDK, das komplette ZDK hat fertig. Aber sowas von. Schade eigentlich. Aber für wirklich Katholisches sollte der Missbrauch des Namens Zentralkomitee der deutschen Katholiken beendet werden. Ein ZDK als Zentralkomitee der Kotau-Experten ZDK braucht wirklich niemand. Ihr Martin Lohmann Punkt genau. Jede Woche neu auf diesem Kanal. Das kann man liken, also Daumen hoch und weiterleiten. Ich freue mich. Punkt genau. Aktuell und auf den Punkt.